Die städtische, gesellschaftliche und kulturelle Entwicklung der kleinen salantinischen Gemeinde hat römische Ursprünge, wurde aber auch von der bizantinischen Kultur der griechischen Münzen beeinflusst. Laut einer anderen Auslegung stamme der Name Corigliano aus dem Begriff Quore, das heisst Herz, das auch auf dem Staat Wappen steht. Die Einfachheit der alten bäuerlichen Häuser des historischen Zentrums vermischt sich mit der Großartigkeit und der Originalität der Portale der Adelssätze im Hintergrund. Daher zählt Corigliano do Trantotto den Borgi Authentici, das ist eine italienische Zertifizierung für besonders schöne alte malerische historische Startkerne.